Wenn ich schon mit einem Herzinfarkt hier draufgehe, 2000 Coins, dann kriege ich wenigstens noch Coins dafür. Gottes Willen! Was kostest du? 1300 noch was. Oh, süßes Schinnock-Symbol. Wen interessiert das? Kann man uns nicht leisten. So, was haben wir hier? Skorpions-Sperr benutzen. Mhm. Was kostest du? 50. Nehmen wir mit. Einfacher Fatality. Naja, dann. Haben wir sonst noch hier irgendwas? Nicht wirklich, okay. Hm, Spinnenstein. Was man hier nicht alle findet. Voll das Adventure-Spiel hier. Nee, die konnten wir uns nicht leisten. Muss ich überhaupt hin? Ich will hier nur raus. Ich mag Spinnen nicht. Ich möchte überall hin, nur hier weg. Und gleich rechts rum. Zicke, zacke, links herum. Zicke, zacke, rechts herum. Sagt man doch immer, oder? Bin ich überhaupt schon wieder richtig, oder bin ich schon wieder falsch? Nee, ich bin richtig. Hm. Was kostest du? Ey, dich können wir uns leisten. Fanart-Konzepte. Oh. Milina, Milina. Oh. Raidens Stab verwenden. Ja, haben wir ja. Okay, wir können... Ja, ich glaube, wir gehen erst einmal oben rum. Ach, Rachnia. Schattenspinnen. Oh Gott. Hallo? Hallo? Tür öffnen. Okay. Kann sich doch wieder kein Arsch hier leisten. 6000. Banane hier. Hm. Ich komme mir vor wie in so einem fucking UFO. Was kostest du? Geld. Ja, war klar. Oh. Da war ich in einer Sackgasse. Okay, mein Herz hat sich wieder beruhigt. Ich bezweifle, dass das ein gutes Zeichen ist. Jetzt gehen wir nochmal unten rum. Okay, anscheinend haben wir hier nichts übersehen, oder? Hm, 1002. Naja. Ne, sonst gibt es hier nichts. Okay, kommen wir wieder zurück. Ladadie, ladada. Herzinfarkt. Herzinfarkt. Edelstand einsetzen. Und 8000 Coins. Ich möchte nochmal in den Geheimraum da rein. Nein, ich nehme das. Weil es ist gerade in der Nähe. Was kriege ich? Brutality. Dankeschön. Ach, Moment. Das war, äh, hier. Äh, äh, ja. Ah. Habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Aber wir haben es geöffnet. Also von daher... Das, die... Reptilesklaue? Wie Reptilesklaue ist der kaputt? Nee, ich glaube, wir gehen das mal gerade aus. Was kostest du? Zu viel. Und du? Erst recht zu viel. Na, warum habe ich mir gedacht? Ich muss öfters echt auf die Map gucken, sonst weiß ich nicht wohin. I've got this feeling somebody's watching me. Was? Was, was, was? Was stand da? Dieser Hebel. Diese Hebel. Welche Hebel? Okay. Okay, da sind zwei. Jetzt auf. Eins. Zwei. Während das könnte aber auch die Königin sein. Auch nicht. Okay. Was wäre denn dahinter? Ich will wissen, was dahinter ist. Ich denke mal, es fängt mit einer Spinne an. Gibt es hier keine Hinweise? Außer diese Spinn-Symbole? Erst mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Und danach gucke ich einfach mal im Internet nach. Ha, ha, ha. Schwert könnte das Netz zerschneiden. Mennu, ich habe kein Schwert. Okay, wisst ihr was? Ich glotze jetzt nach. So, ich habe jetzt in die Internets geguckt, aber irgendwo soll die Kombi hier auch an der Wand stehen. Wo ich mich frage, an welcher Wand. Okay, das war vier. Eins. Drei. Zwei. Und sechstausend Kreuz. Perfekt. Aber an welcher Wand? Naja. Äh, äh. Nichts gesagt. Was kostest du? 2.000, ja, nehm ich mit. Und du? 250, perfekt. 2.000 Coins. Ja, so lebt sie's gut, wenn man Geld ausgibt und noch mehr zurückbekommt. Habe ich gerade eine Nachricht gekriegt? Nein, habe ich nicht. Jetzt kann ich hier nämlich auch am Ende weiterkommen. Ha, 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 ha. Ich sag doch, ich sollte mich nicht zu früh freuen. So, Kotelkans Schwert. Ha, 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 huha. Uh, hier brennt's. Ja, komm her damit. Devorer Brutality, irgendwas. Können wir uns nicht leisten, können wir uns nicht leisten. Äh, nein. 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 Ja. So einfacher, hä, wofür braucht man das? Takeda Konzeptzeichnung, ja, Pirschen Konzeptzeichnung. Oh, da ist noch ein Schwert. Kenshis Katana. Und was soll ich jetzt damit? Tja, äh, hm. Soll ich jetzt hier wieder raus? Soll ich jetzt hier wieder raus? Da waren wir ja überall. Da waren wir. Ich möchte irgendwie zum... Zurück zum Eingang der Krypta-Pisse. Ich mag die Spinne nicht. Nein, lediglich eine Nachricht. Wegen Fußball. Okay. Ja, wir sind wieder in der Krypta, Gott sei Dank. In der normalen Krypta. Und ich werde einen Scheiß was nochmal in diese Spinnenhöhle reingehen. Nie wieder. Scheiße. Werde ich irgendwann aber müssen. Geh weg! 350! Woo! So, ich weiß, da oben beim Totenschrein... Da brauchen wir nicht hin. So, hier war irgendwas von Mortal Kombat. Kennt sich Schwert benutzen. Ja, perfekt! Ach, du Scheiße. Okay, das Gebiet kenne ich jetzt auch persönlich nicht mehr. Und das wird wahrscheinlich auch das Schlimme daran sein. Und ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Du kennst Feuerball, okay. Fehlt uns ja nicht mehr allzu viel. Was kann ich hier drinnen denn freischalten? Hier ist nix. Zahnblock hier in das Tor. Das ist ein besonderes Symbol. Ah ja. Yay, Truhe für hundert. Tausend Coins rausgekriegt. Ja, so lohnt sich das. Wie sieht denn die Map überhaupt aus? Ach, du... Ach, das ist der Link... Reptiles Pfad. Schaukans Kruft-i. Pfui. Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Moment. Sub-Zero's Eisball. Yay. Wir sind so gut. Aha. Aha. Wir machen die ganze Krypta auf. La 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 la. Und nochmal 5.000 Coins. Yay. Ich wurde bisher von noch nichts angegriffen. Und ich möchte, dass das auch bitte so bleibt. Oh, da ist das was wir finden. Nita Reptile. Ma. Spiel, du bist ekelig. Was ist das denn? Hermes Medaillon. Derzeitig gibt es hier nichts zu tun. Ach dir, das ist doch, äh... Reptiles-Fart, oder... Blattdusche! Boah, mich wundert nicht, wenn da irgendwann mal was... 92, ja perfekt! Turnier-Sonia! Wenn mir jetzt irgendwas mal entgegenspringt... Okay, da ist nichts. Hm, kann ich mir nicht leisten. Puh, ha, ha, ha! Reptiles-Klau verwenden. Machen wir mal! Ah, hier müssen wir sowieso hin. Perfekt! Und Ermex-Medaillon haben wir ja. Und nochmal 5000 Coins. Und schnell wieder runter. brauch jamais mehr kenne? W zapRP! W